Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare im Hardcore-Multiplayer-Modus mit Mr. Pieper. Mit Mr. Pieper und Mushroom. Oh, Pieper, du hast eine Schnapszahl, du gibst einen aus. Und zwar ein paar Kills gibst du aus, Mann. Ja, natürlich gebe ich ein paar Kills aus, aber wieso habe ich eine Schnapszahl? Wegen deinem Level 1-1-1, Alter. Ach, ja, oh, Tatsache, jetzt sehe ich es gerade. Wir spielen Hardcore, Team Deathmatch und Herrschafts auf euch ausgewählt. Wenn ihr irgendwie einen anderen Modus mal sehen wollt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ihr wisst Bescheid. Schnell in die Kommentare. Schnell, schnell, Spiel starten. Liken nicht vergessen. Plus Abo und Glocke. Abonnieren und Glocke aktivieren. Abonnieren und Glocke aktivieren. Und wenn ihr irgendwie so sehen wollt, hier nur irgendeine bestimmte Waffe, keine Ahnung, nur Sniper only oder so, was natürlich super schmutz wäre, aber... Nur Einsatzschild. Oh, das wäre auch nicht schlicht. Das müsstest du dann aber auch schippen oder so machen. Aber kein Shotgun only, Shotgun only hatten wir schon mal. Oh. Dann müssen wir ein bisschen wechseln. Ja, aber es gibt doch mehrere Shotguns. Okay. Oh, die Domina ist wieder da. Oh ja, guck mal. Schon wieder in diesem Map. Danke. Du hast einfach jetzt... Hat es zu laut gehabt. Ich glaube, ich spiele mit der Amex mal. Das ist die Waffe, die du so feierst. Oh ja. Die rüstet jetzt auch aus. Ich komme mit der irgendwie nicht so klar. Ich komme mit der einfach besser klar, ja. Ich finde die halt gerade geil, weil du die auch über Distanzen halt so super spielen kannst. Und im Hardcore funktioniert die eigentlich auch alles. Kann es auch sein, dass ich sie noch nicht so modifiziert habe, dass sie für mich in Ordnung ist. Ich habe die ja schon komplett durchgelevelt. Das ist auch ein kranker Mann. Ja, das ging mit der Waffe tatsächlich relativ schnell. Dass da keiner kommt, Alter. Erzähl mir doch nichts. Ach, komm. Oh, natürlich. Jetzt muss der von links kommen, weil du die ganze Zeit hingeaimt hast. Kommt keiner. Na klar. Ja, sitzt da einer in der Ecke, ey. Richtig schmutziger Bengel. Er ist da hoch, jo. Nee, nee, nee. Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Oh, der Gleiche holt mich schon wieder, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Den hole ich mir jetzt, ey. Oh, da unten sitzt der Mann. Hast du die ganz... Oh, ich finde es scheiße, dass es keine Killcam gibt. Finde ich aber gut. Ich mag die Killcam tatsächlich in den seltensten Fällen. Ich schaue es mir schon gerne an, wie sie mich töten. Bei manchen Sachen würde ich es auch gerne sehen. Vor allem, wenn das so ein bisschen nicht ganz legit wirkt. Dein fucking Ernst-Spiel? Na. Ich hab so draufgehauen und es trieb denen halt nix. Nee, kein Problem. Ich hab nicht einen Kill bisher, oder? Echt nicht? Nee, bisher nur ein Kill. Die erwischen mich immer so auf dem kalten Fuß, Mann, also. Sag nur nicht, dass das an der Waffe liegt. Das liegt an der Waffe, Alter. Scheiß Cluster hin, bitte. Spacko, Alter. Das würde ich verarschen, hier. Was war das denn jetzt? Egal, wer das war, der ist tot, Mann. Erstmal warm werden, hier. Dann rasier ich auch wieder die Muddis. Ach, komm. Endlich mal eingekillt. Ja, aber ich muss sagen, auch ohne Aufsätze funktioniert die Waffe für mich ziemlich gut. Ey, ich hab den grünen Punkt über den Gegner gesehen, dachte du wärst das gewesen. Deswegen hab ich geschossen. Oh, Mann, wieso rutscht er jetzt in dem Moment nicht? Ich knie mich einfach hin. Es wird auf mich geschossen. Knie dich hin, Alter. Wow. Ich dachte mir, es ist eine coole Idee, hinter einem Kollegen mit Einsatzschild hinterher zu rinnen. War dann nicht der Fall. Oh, shit, da geht's wieder los, ja. Boah, da hat's echt daneben geschossen, Mann, schon wieder. Also ich glaube, meine Reaktionen sind einfach scheiße. Oh, nee. Boah, danke. Nein, da kommt noch einer aus dem Raum, Mann. Och, Mann, ey. Ich schieb das jetzt einfach mal aufs Visier. Das Visier ist schuld, Mann. Ja, Mann. Einfach, ich bin manchmal, glaube ich, einfach zu hektisch, was das Gameplay angeht. Ja, natürlich holt er drei Leute, Mann. Die stehen natürlich alle zufällig in einer Reihe, ja. Da muss ich nur noch absnacken, Mann. Immer. Ja, ich hab gewusst, dass du kommst, Junge. Was machst du? Arnold, ich sehe dich, soll ich dich abschießen? Nee, lass mal. Nee, so ehrenlos bin ich tatsächlich nicht. Du hast so Zugungen in deinem Hintern. Wie ist dich so lustig? War nicht so auf meinen Ass, Alter. Das ist nicht nett. Hast aber einen leckeren Booty. Super, Alter. Swigiddy Swooty, I love your booty. Ja, genau. Was war das denn? Wie viele Dinger kommen da runtergeflogen auf einmal. Wow. War der auch thermal an? Schmutziger Bingel. Ja, genau. Genau. Schon wieder. Ich ziel dahin. Die ganze Zeit. Ist keiner. Da will ich gerade aufhören mit anvisieren. Er kommt ins. Ja. So ein. Äh. Hä? Dreckslack, ey. Was war das denn gerade? Piper. Sorry. Ah, Nate, Vorsicht. Ja, komm, ich. Ah, ich hab ihn. Der ist halt doch ein Lappen, ey. Hä? Von da ganz hinten, Alter, ey. Das ist doch... Wo war der denn? Wo ist das jetzt da? Ah, Junge, was machst du eigentlich hier für Auge, ey? Was hätte ich meinen lieben Arnold abgeknallt? Das geht nicht. Das wollte ich auch tatsächlich nicht. Mach mal jetzt hier keinen Stress. Nein. Was hat dich heute in der Hand ein Messer oder was? Ich wollte gerade nachladen, Mann. Und dann kommt der angerannt. Oh, shit. Es läuft gerade null. Wirklich absolut. Für jeden Zuschauer. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei jedem Zuschauer. Diese Leistung, ey, sollte man eigentlich nicht im Internet zeigen dürfen. Damals ist ein Bot, Alter. Er heißt doch Botakbot. Oh, 11, 13. Noch irgendwie die Kurve gekriegt, aber... Das ist aber russisch, was der da oben stehen hat. Ist egal. Botakbot, Alter. Botakbot. Kein Bot. Vielleicht weiß ja jemand, was da gestanden hat. Okay. Ich nenne jetzt mal hier die MP5. Ich habe einen. Scheiße, das ist dieser... Ach, wie heißt der? Das ist dieser Anliegende? Nee, ich guck mal gerade eben. War das Säldner? Wie heißt der? Wie heißt der? Wie heißt der? Der Kommando. Vordergriff. Achso, okay. Der. So, jetzt habe ich P90 und die Amex drinne. Jetzt wird... Ach, scheiße, Alter. Oh, jetzt habe ich den falschen Dingens genommen. Oh, Mensch. Jetzt habe ich nämlich schon wieder mit Dingens. Ich habe nämlich die Warzone-Variante jetzt genommen. Da ist halt auch wieder mein Scheiß-Termal mit drin. Nehmen wir halt P90. Happy Hour beendet, Alter. Ach, Mann, da bin ich nicht mehr happy. Uff, was habe ich denn mit meiner P90 gemacht, Alter. Da ist ein anderes Visier drauf. Lad mal nach, Junge. Was ist los? Ja, ich muss erst mal Gegner finden. Mach der diesen, oder was? Nein, ich habe gerade woanders hingeschaut, Mann. Was habe ich denn da gekriegt? Habe ich ihn? Ich habe meinen Weasel. Nice. Alter, das schiebt ja, ey. Musst du damit auch noch drei Abschüsse machen. Aber dafür muss ich erst mal einen Weasel kriegen. Ich sage mir jetzt mal ganz eiskalt, das liegt an der Waffe. Wo sind die jetzt alle? Ey, ich sehe auch nicht... Ich sehe einen einzigen, ey. What the hell? What the hell? Mein Weasel ist beinahe durch den Boden gebackt. Ja, das habe ich schon zwei, dreimal gehabt, dass der dann im Boden... Wenn du an der falschen Position hinrufst, wagt der im Boden fest. Ja, komm, ey. Erstmal endlich mal einen Gegner im Visier nach 5000 Jahren rumrennen. Hol dich an der von hinten weg. Ich bin gleich erledigt. Die haben einfach einen überfahren, Mann, weil ich es kann. So. Okay. Was ist der Verladebereich? Boah. Ich bin im Lagerhaus. Vermutlich ist der hier in der Nähe. Siehst du ja immer oben, was für ein Bereich das ist. Also bei mir steht gerade ein Lagerhaus, deswegen. Nein, aber eingeholt, Mann. Dann hat man eine Droner abgeschossen, das finde ich ja immer gar nicht schön. Ist gar nicht nett. Ich wurde vom Kollegen gekillt mit seinem C4, Mann. Das sind aber die größten Helden, ey. Ach, Mann. Aber P90 funktioniert noch gut. Ja, geht mir. Da komme ich noch ganz akzeptabel. Wo setze ich meinen Cluster hin, sag mal. Ja, ich habe auch Prezi. Ich weiß auch noch nicht, wohin der mit. Ach, verdammt. Ich sehe ihn, gucke ihn an und denke mir so, hm. Und dann lasse ich mich abknallen. Wow. Gut. Ist das jetzt so schlauer da hin? Ey, es kommt immer noch ein Zweiter hinterher, der mich dann holt. Das gibt es doch nicht. Ach, keine Ahnung. Ich schmeiße sie jetzt da hinten hin und dann gucken wir mal. Ja, sag mir bitte, wo und ich lasse ich reinrennen. Äh, ja, da. Beim Bahndepot da in der Nähe, ganz rechts. Aber ist schon vorbei jetzt. Jetzt wäre eigentlich gesagt, wo er ein Cluster hingesetzt hat. Da war niemand. Ja, das hast du aber auch erst hinterher gewusst. Ne, ne, ich habe ja geguckt, ob da ein Punkt womit ist oder so. Ja, bei mir genau das gleiche. Dann hat mich keiner von uns. Wow. Uff. Alter, wenn man sich halt einfach null bewegen kann, wenn man dann so leicht geflasht ist. Oh ja. Wollen wir uns, ob das irgendwie an meinen Muskeln irgendwie irgendwas verändert, ne? Übel. Ne, du siehst jetzt schlechter, deswegen kannst du dich nicht mehr bewegen. Alter, danke. Nein, oh, zu spät gesehen. Da setze ich auch jetzt gleich mal ein Cluster hin, man. Lieber vorsichtig, ich setze da unten. Ja. B90 ist Gottwaffe, Alter, ohne Scheiß. Ich liebe dieses Gerät. Oh, ich habe von da einen Shot abgekommen. Oh, die Runde liegt mir schon mehr, Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Da finde ich auch wesentlich besser rein gerade. Da war gerade einer. Kommt rein, ihr Spaggos. Man muss aber immer gucken, ob einer noch hinten rumsteht. Man weiß ja nie. Da waren beide weggeholt, Mann. Der ist ja immer von hinten an. Hast du den da oben? Ja, beide. Ja, sehr schön. Da sind noch mehr. Ja, fuck, Mann. Im Nachladen noch gewesen. Ich sollte einfach die Waffe schnell wechseln, dann hört er ja auf mit Nachladen. Mhm. Ah, da kannst du aber die MP5 wieder nehmen, danke. Wechselst du doch, glaube ich, länger die Waffe, als dass du nachlägst, oder nicht? Weiß ich nicht. Außer du bleibst bei der zweiten Waffe dann natürlich. Oh, shit. Drohne ist raus. Er ist da oben. Oh, ich habe mich schnell abgeworfen. Ach, Mann, ey. Er war nicht da oben, er war im Haus, Alter. Bin ich doof, ey. Es kippt mich. Ach, ich habe auch... Jawohl, mein Molly. Geil. Königstöter. Königstöter? Was? Und? Oh, da sitzt er. Dann gehen wir mal zu ihm. Aktivieren wir mal Totenstille und dann die Beam. Einfach mal hier hinten hinlegen. Das funktioniert ja bei anderen auch oft, ne? Oh, schade. Er ist ein Toter. Das ist natürlich schmutz, wenn du gerade nachladen musst. Ja, Mann. Das ist halt einfach. Ich muss ein Prezi, beziehungsweise ich habe ein Prezi. Nein, ich habe ihn vorher auch noch erwischt. Ach, wie ärgerlich. Precision Airstrike. Ja, okay. Ich habe da schon gesucht, es wird einfach so blind durch den Nebel gemacht. Hast du ein Prezi dahin gesetzt? Ja, da habe ich ein Prezi gesetzt. Kippkamera hat erledigt. Ja. Das ist aber schuld. Er kannte die Gefahr. Ja, gut. Ja, gut. Chat ist deaktiviert, also von da. Das kannte er nicht. Ich habe ja gewonnen, man. Easy Game, Alter. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy, habe ich gehört. Ja. Arnold. Was hältst du mal von so einem Best of Duty? Best of Duty? Ja, so alle Call of Duty Sachen, so das Beste zusammengeschnibbelt. Das wäre doch mal eine geile Sache, oder nicht? Was meinst du? Mit unseren besten Ausrastern, besten Momenten, oder was weiß ich. Ach so, so meinst du, von allen. Ja, ja. Statt Call of Duty, Best of Duty. Oh, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, man. Ich habe Hacks, an die mich schlechter machen, man, damit ich nicht so rasiere, Alter. You wish. Ja, mal gucken. Ne, dieselbe Map? Dieselbe Map nochmal. Dieselbe Map nochmal. Operation Gabrana. Da sitzen wir, Alter. Ja, Mann. Richt harten Bursche. Junge, Alter, lass dir mal die Haare schneiden. Das sieht ein bisschen komisch aus. Nicht, für vorne hat es nicht mehr gereicht, das Kind. Ich wollte gerade sagen. Aber für so einen dicken Mandel mit Goldschrift hinten drauf, ne? Ja, ist die Klaune. Boah, Herrschaft. Herrschaft. Herrschaft macht Laune, weil da hat man wenigstens noch so ein bisschen Aufgabe. Oh, Mann, ey, wie kann ich da verschießen, Alter? Ich verstehe das nicht. Als ob diese erste Kugel, die eigentlich auf seinem Leib drauf ist, verschwindet. Ja, natürlich, verpufft einfach. Die waren Fehler einer Matrix. Ja, und die anderen Kugeln, die gehen halt zur Seite. Alter, nicht auf mich schießen, Junge. Mach nicht diesen, Alter. Was? Von wo? Wo ist denn da einer? Nein, nicht Charlie. Charlie. Der war mein guter Kumpel. Er war der Beste von uns. Ohne Witz. Er hatte noch Skill, Alter. Der hat richtig schön Aim. Ah, ey, dieses blöde Lagerhaus da, ne? Da verschanzen die sich alle bis zum Gehtnichtmehr. Ich hole C wieder. Ich wurde geholt vom Lagerhaus. Ja, wo soll ich das? Wo ist mein Teamkamerad, Mann? Steht hinter mir rum. Ja, ich warte mal und guck mal zu, wie er das Ding einnimmt. Alles klar. Das würde ich auch so machen. Wir beherrschen das Schlachtfeld, Alter. Auch noch. Schon wieder C. Ja, Jungs, ey. Ich kann's sagen, ey. Kannst du bitte mal auf alle Leichen schießen, da? Schmutz. 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 Exciting. Ein Schmutz. Schmutz. Nein. Nein. Das war's gewesen. Das wäre so gut gewesen. Oh, shit, Alter. Da geh ich nicht raus. Nein, die kaputt her. Der Eis, der Warhammer, Mann, hat mich gekillt, Mann. Das finde ich nicht nett. Das geht nicht, Peter. Das geht nicht. Was? Aber warum machen wir das? Das macht man nicht, Mann. So, erstmal C antriggern. Da kommen sie nämlich alle aus den Löchern. Ja, da kommt schon einer. Ich hab ihn gemacht. Den hab ich gemacht. Nee, da hinter dir auch. Hab ich den nicht gekocht? Ich hab eigentlich gekocht. Nee, da war hinter dir noch einer. Ach, noch einer. Ja, ja, ja. Oha. Der scheppert, Alter. Oh, shit. Der ist auch richtig gescheppert. Scheppern. Hey, wie? Die haben A. Das geht nicht. Was? Bitte? Ich kann zurückrennen, ey. Nein. Nein. Ach, Mann, Alter. Was ist denn heute los, ey? Heute geht gar nichts irgendwie. Nicht mein Shootertag, ey. Wie ich heute kein Shootingstar. Oha. Oha, jetzt sind die Nate drauf, Alter. Direkt durch Zähne. Brenn da einfach Basuka drauf. Ohne Witz. Ich warte immer drauf, ne? Nee. Das geht nicht. Wie können sie nur? Okay. Lieber, Vorsicht. Ja. Der ist doch hier wobei gerannt? Ich hab ihn, ich hab ihn. Der hat mich nicht gesehen und ich hab ihn nicht getroffen. Überraschung. Hausdurchsuchung. Oh, okay. Ist die Rakete da oben angemeldet? Ich glaube nämlich nicht. Nein, wo war der? Och, Mann, war er doch in der anderen Seite. Scheiße. Ich hab gepokert, Mann, und verloren, ey. Ich glaube, ich setze ein Cluster jetzt auf fucking C, Mann. Sollen wir uns vielleicht B holen? Ich bin hier gerade noch so halbwegs bei C. Ich bin bei dir. Ich renne mal immer so ein bisschen drüber. Alter, schieß dich auf mich. Oh, shit. Nein, von hinten. Nein, ich hab auch zu spät gesehen, Mann. Fuck. So, fuck. Ey, was, die nimmst du nicht? Alpha, das geht nicht. Exciting. Also wenn die Folge nicht Exciting heißt, dann Arnold hat mich ein bisschen böse, ne? Aber dann denken die englischsprachigen Mitmenschen, dass das ein englisches Video ist. Dann übersetzt es. Dann übersetzt es. Oder es kann German sein. Aufregend. Aufregend. Da möchte ich aber auch dümm, dümm, dümm stehen. Alle denken sich dann so, what? What the hell? Haben die Pixeln wieder einen zu viel genippt, oder was? Wieder einen am Tee genippt. Ah, sorry, Teamkollege. Alter, ich bin grad nicht, er ist grad nicht in meinem Mood, Mann. Da, 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 da. Lass mich rollen! Er hat über den Gegner gelaufen. Der denkt nach sich auf. Oh, sorry, Teamkollege. Oh, sorry, Teamkollege. Pipa, please, ey. Ja, mein Gott. Er kannte die Gefahr. Pipa, please. Pipa, please. Oh, der VTOL. Sag mal, ähm, liebe Zuschauer, gibt es irgendwie einen Perk oder sowas, der gegen VTOL oder sowas hilft? Der dich, der dich da nicht sieht oder so? Eigentlich müsste da ja Kaltblütig oder das andere, äh, wie das da heißt. Hilfen wir nicht. Eigentlich. Weil ich die beide drin habe. Aber wärst du vom VTOL abgeschossen? Ja. Okay, dann bringt's nicht. Da gibt's aber wahrscheinlich nichts. Oder etwas, was gegen, ähm, S-Mine oder Annäherungsminen hilft? Auch nicht, glaube ich. Also da kannst du tatsächlich nur gut reinrennen und das war's. Ja, Leute, mach. Danke. Ich komm gerade nicht mehr rein, man. Fuck, Alter. Ne, ich auch. So, jetzt konzentrieren. Konzentrieren. Friends. My fellow kids. Sorry, bin ich dabei, Alter. Oh, ich bin tot. Pieper, Alter. Sorry, Arnold. Du hast so nicht gestanden. Es ist doch kein Waffenspiel mehr. Wieso tut es mich jetzt, Alter? Rache, nein. Äh, nee, da stand direkt einer links auf dem Dings drauf. Sie ist einfach Insel wieder eingenommen, haben wir. Wer mich flaxen, Alter? Ja, das war doch schön auf dem Kopf, Mann, und der stirbt nicht, oder was? Was hat er denn? Stapel hat er denn im Scheme, oder wie? Mach dich fällig, wie wenn ich. Ja, haben wir abgeschossen. Oh. Bei B ganz hinten rechts steht er. Ey, was, die holen sich C? Jetzt nicht mehr. Kurtenstelle aktivieren, und los geht's. Toilette schön im Visier, Alter. Dann halt wieder meine Steps, die lauter sind als alles auf der Welt. Machst du Step-Tanz, oder Stomp the Yard, oder sowas? Ich sag's dir. Ja, ach, gut. Oh, nein! Der Kollege läuft mir vor die Knarre, Mann. Ich hab hinten, wo die gerade gehockt haben. Okay, jetzt, ja. Und das spüre ich jetzt gerade. Die mich, das wird nicht toleriert. Schade. Ja, Alter, geil, Mann. Von allen Seiten bis abgeschossen, Mann. Komm, die hocken alle bei C, dann kann man sich jetzt mal A holen. Ah! Dann. Komm ich mit zu A. Blup. Oh, A, A. Aber jetzt holen die B. Ja, dann holen wir C. Ne, ich hindere die bei B dran. Sehr gut. Oh, bei C wurden wir gehindert. Finde ich nicht gut. Ho! Das war ein schlechter Wurf. Ha! Der war da, umso besser. Nein, was? Und dich krieg ich nicht, oder was? Das ist doch unmöglich. Boom, Alter, direkt auf den Kopf, Alter. Ich wurde entdeckt. Oh, hab dich genau gesehen. Kann ich bitte... Oh, das... Ich möchte gerne die Killcam sehen. Dann spiel ich hardcore. Drecksgehen. Exciting. Oh, Mann, ey. Ich hab das Gefühl, ich hab die Steps eigentlich viel zu leise eingestellt. Das ist so blöd. Ich hab das Gefühl, ich bin schlecht. Das wird mir schlecht. Ja, mir sowieso. Vorsicht, Arnold. Ich hab da eine Granate. Ah, ich bin eh tot. Eminem hat mich gekillt. Eminem? Boah. Spielt der Call of Duty? Macht er diesen, oder? Fuck, Mann. Er läuft direkt an mir vorbei, Mann. Ich triffst ihn nicht, Mann. Keine Chance. Mich hat auch ein... Samurai. Ich hab Eminem getötet. Oh mein Gott, wenn er jetzt keine Musik mehr macht, bin ich ja der Blöde jetzt. Wieso musst du das an? Verdammt. Ja, Mann. Wegen mir macht Eminem kein neues Album mehr. Ich hab ihn abgeknallt. Nein, natürlich. Machst du mal das Stoß, Alter. Alter. Ja, so schießt der auch. Ja, genau. Der Hand oder? Vor allem die aimen gar nicht mal mehr, ne? Ja, weil einfach nur... Ich glaube irgendwie, dass sie den Rückstoß, soweit es geht, runterdrosseln, beziehungsweise Streuungen oder so, wenn man das kann, und dann einfach abdrücken, Runde zu aimen. Alter, wirklich? Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diese Runde. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich hab's auch nicht gefallen. Wenn ja, lass uns das wissen. Danke schön. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Es war exciting. Es war exciting. Et dann gäbe ich harus auch gerne Game X cluster. Sicht eben noch mal da. Let's go! Sлушai mushrooms!